Die Polizei bittet um ihre Unterstützung in Form von Sachsen hinweise. Verdächtige Beobachtungen teilen Sie bitte, Einsatzleiter mit. Wo ist er? Es kann er da sein. Der seit anderthalb Jahren gesuchte Bankräuber und Anarchisten nun nicht gönnen, hätte gestern verhaftet werden können, aber seine Geliebte, die Hausangestellte Katharina Blum, verpflichte seine Spuren und verhalf ihm zur Flucht. Das kommt auf Seite 1, Schätzchen. Mit Foto! Was uns interessiert ist, waren Sie mit Göttem verabredet. Nein. Ich meine, sie ist unschuldig. Der Herrenbesuch, der bei ihr gesehen worden ist, das bin ich. Frau Blum, wie wollen Sie uns erklären, dass Sie, die Sie sonst so prüde sind, dass Ihre Bekappten Ihnen sogar den Spitz haben, die Nonne, ihr gegeben haben? Die Reporter haben mich bisher mit Schiffer voll. Sie haben das hier gelesen und dann bestellen Sie mich hierher. Katharina, ich bin ja selbst gestraft. Es tut mir schrecklich leid, dass Sie gerade durch mich in solche Schwierigkeiten gekommen sind. Danke. Das Blümchen erhält seit zwei Jahren regelmäßig Herrenbesuche. Gegen das Blatt bin ich ohnehin machtlos. Das Blatt, das hat Blüding im Griff, verdammt nochmal. Es gab keinen Herrenbesuch. Du scheinst überhaupt nicht informiert zu sein. Ich habe keine Ahnung. Das Blatt, 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 das